Nebens Band geschmissen Die Kohle kommt So jetzt steht er drunter Gott sei dank Boah 2 auf einmal Voll stark Du hast wahrscheinlich Schon wieder einen daneben gekackt oder? Du hast einen daneben geschmissen So Ich hab die Schnauze voll hier Nächster Ja das macht nämlich jeder Weihnachtsmann Wenn es keine Geschenke mehr gibt Ja dann verteilt der Kohle So Jetzt greifen wir hier ganz tief in die Träger Kommt doch überhaupt was an? Weiß ich doch nicht Ich bin auf dem anderen Laster Warum bist du jetzt schon wieder auf dem anderen Laster? Weil ich immer noch dabei bin zu drehen Junge Äh Aber auch heißt ich Hab gleich vielleicht 20 Kohle Stücke daneben gepfeffert Nein ein Laster steht ja drunter Naja wir werden uns gleich das Ergebnis angucken So So Und die nächsten Altos fatos ey Ich kotze ab Ich kotze ab Das sind ganz schön viele Stücke Kohle Robin Hast du den Wagen schon gedreht? Ne Ich frag mich echt was du da machst Weil so schnell fertig kann er nicht Oder wie hast du den Turbo Booster reingekriegt? Ja ich weiß auch nicht Du kannst den Hebel irgendwie Nochmal eine Raste Also der hat so eine richtige Raste weißt du Der hängt Und wenn du den dann nochmal richtig Also wenn du nochmal umgreifst Und den nochmal wirklich mit Schmackes reinbutterst Dann schaltet der in den Turbo Und dann ist der wirklich schnell der Laster Ach das womit wir quasi gefahren sind War ja der beladene Modus Ja das womit wir gefahren sind War im Grunde der erste Gang Ja also wenn der beladen ist Weil ich glaube wenn wir volles Fufu geben Ist Nö können wir wahrscheinlich Kannst du so schnell lenken? Ja das sollte gehen Du hast ja trotzdem noch was daneben geschmissen Ich? Wie? Ja ich wollte grad sagen Wie soll ich was daneben schmeißen Wenn ich ein gefördertes Band habe? Das gibt vor wohin das fällt Du hast einfach scheiße geparkt würde ich sagen Ja Also kommen wir jetzt nicht so So Ja da hast du dein Schanddings auch dahin geäumelt jetzt Ach man ey Wat is Jetzt ist er auf der anderen Seite runtergefahren Du musst ihn doch einfach nur loslassen Du musst ihn doch einfach nur loslassen Dann musst du gar nicht machen Oder Was denn da für Santos Ich bring den jetzt dahin Okay Scheiß Teil ey So Mach gut Jo Jo Hoffentlich wirst du nicht geschreddert Ne ist nur ein Trichter Was? Mach mal Pause Der Laster ist voll Ja sofort Ich hab noch so ein paar Stücke Gehen nicht noch so kleine? Ja vielleicht aber ich würde schon den zweiten Laster voll machen Ja komm ein feuer ich noch hinterher Der kommt jetzt noch Oder wie viel hast du da unten noch? Oh viele 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 glaube ich noch Ja okay dann schmeiß jetzt mal nichts mehr drauf Dann mache ich jetzt den zweiten Laster Es kann sich um Stunden handeln Ist noch was auf dem Band? Zwei kommen noch Okay Ich glaube Die warte ich noch ab Und dann fahre ich den nächsten Laster drunter Die hängen oben fest Moment ich muss mal kurz nachhelfen Der war ich nachts mal muss sich wieder um alles kümmern hier Was ein Spiel ey Was ein Spiel So Hallo Also da hätte noch was drauf gepasst Aber gut Robin ist der Fahrer Robin weiß das Mit Ladungssicherheit und alles Die Polizei angehalten wird Du da ist Oh es wird nochmal gespeichert Guck mal Wenn jetzt irgendwas schief geht ist also alles egal So Nein Wat is Sag mir nicht die scheiß Karre rollt Hey Fine Aber meinst du dass meine Ladung nicht re under Nee Glaube ich nicht, ehrlich nicht Schade Gut, ähm Ja Naja, wir können auch mal eine Runde Achterbahn fahren Oh yeah, oh yeah, oh yeah Das ist so geil, dass man mehr die Kräfte kann Oh yeah Warte Passt Jo, stopp So Nein, jetzt habe ich die andere Karre angefahren Jetzt rollt die los Ja, halt sie auf Ich befeuere so lange das andere Teil So Den hier rauf Dann nimm mich hier rüber Genau Jawohl Zack Und Ab Der Klappauter Manier Alter Alter Schweder Müssen auch natürlich so viele kleine Stücke sein Denn Zwei, drei große hätten nicht gereicht So, ich kann jetzt nach unten kommen und dir helfen Weil die Laster stehen bereit Ja, sind noch so zwei, drei Stück Boah ey Und wenn ich hier morgen früh noch sitze Ist mir egal Ja, ja, du Das Leben als einfacher Arbeiter ist echt nicht leicht Als einfacher Weihnachtself Ja Womit bewiesen ist, Center betreibt Sklavenarbeit Aber echt Jawohl Die drehen sich zwar noch ein bisschen Aber die wissen gleich Die haben verloren Der eine unten hat sich mit seinem Schicksal jetzt auch abgegeben Nimm ihn in die Hand und steck ihn da drauf So Oh Mann ey Wo sind wir ja nur gelandet Ja Wann ist das Ich glaub jetzt sind wir langsam ein Teil des Spiels angekommen Da sind den Entwicklern irgendwie die Rätsel ausgegangen Die sagten sie Jetzt sollen sich ja hier ein bisschen beschäftigen Zwei noch Ach ich äh Ich kann ja mal so ein bisschen Werbung machen Also ich hab gestern Abend einen voll geilen Stream gesehen Und zwar hab ich ursprünglich angefangen Bei einem lieben Slugs Also bei Lasse zu gucken Alter Robin Äh ja Du pfefferst die Scheiße rechts und links daneben Hammer nicht Und der war aber gerade im Multistream mit Opalit Die kannte ich noch gar nicht Aber das ist eine sehr nette junge Dame Fasst mich nicht an War ein total cooler Stream Also Gönnt euch das mal Alter die Hälfte die hängt hier oben fest Ja dann geh kratzen Schon da Ich bin drauf vorbeigelaufen Okay Scheiß drauf Wir fahren Alles klar Soll ich wieder lenken Und du gibst Gas Oder Ja ja Wir machen das Stück für Stück Ja ich glaub Jeder einen fahren Kriegen wir nicht hin Ne das ist Wollt grad sagen Das ist zu hoch Erstmal faceplant So was war jetzt hier Gänge knallen Wow War ein brechender Geschmack Du kannst Nicht feste Sondern du kannst nochmal Irgendwie so ein Stück zurück Und den dann noch tiefer reinhauen Du solltest vielleicht dabei nicht auf dem Reifen stehen Doch doch Ich kann halt ab So Versuch Lass den mal los Also Knall den mal nach vorne Und dann lass den los Und dann Fass den doch mal an Und schieb den noch ein Stück weiter Ja Woll Boah Wie das geht Ey Wir haben Weißt du was Wir haben da unten so ein Ding zum Kippen Hab ich grad gesehen So ein Hebel Ja ja ich weiß Was Was weißt du es wieder Lieferöse Lieferöse Junge sind wir jetzt Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Da müssen wir abkippen oder Zurück noch Ja ich würde das direkt vorm Kessel Abkippen schon Ne Siehst du nicht Das Loch da links An der Wand Da rein Nein Da An den Türmen Hier unter der Rohre durch Hier ist links ein Loch Da wo das Thermometer ist Da hier Der Druckmesser Da ist ein Loch Ach so, da rein meinst du? Ich weiß nicht, wir können ja mal runter gehen und gucken Da hab ich auf jeden Fall... Oh nein So Da hätte ich auf jeden Fall die Fackel her gehabt Naja, ich sag mal so Hier ist auf jeden Fall der Ausgang, ne? Oh oh Ich hab verloren Wieso? Ich schwebe Guck mal Was? Ist ja so ein kaputter Kühlturm Ja Ich schwebe Zeig Haha Hahaha Oh jetzt hab ich Oh jetzt hab ich ein Problem Okay Uuuuuhh Elegantisch wie sonst was Wie geil sah das denn aus? Ja, konnte einiges, wa? Scheiße, ey Ich lauf Wuhuuhu Yeah Wum Platsch Aber ich würd sagen, wir sind jetzt schon 15 Minuten drüber, aber da wir nächsten Streamer von vorne anfangen müssen, zeigen wir das jetzt nur einmal kurz, weil ich selber wissen will, was da passiert Ist klar, wir machen das jetzt zu Ende hier, hallo? Hallo Ich jag die Schleuder mal noch ein Stück Soll ich schon mal die Klappen aufmachen? Ja, ich würd sagen, jetzt können wir Ja Ich kipp jetzt hier ab, ne? Jo Jo Lass kommen Lass kommen, Lass kommen, Sergei Jawoll Zack So Na Gehst du da rein? Geh da rein! Der ist voll Der ist auch voll Einer fehlt noch Siehste, wir hätten den nur halb beladen brauchen Mach noch nicht zu, du hast erstmal hier die Klappe auf Hä? Da fehlt noch was drin Ja, ich hab aber doch den linken zugemacht Ja, ja, er hättest mir ja aufgemacht, hätte ich schon mal Alter Geh da da rein, ey Oh Ich kotze ab, ey Ich hasse das, dieses Rumgewobbeln Es ist zwar lustig, aber manchmal nervt es auch So Deckel drauf So, den noch Ja Ich halte sie Mach zu Achso Tu die Scheiße zu So Gott sei Dank So Okay, hier hupt es Ist hier Vollgas Ah, jetzt fliegen wir bestimmt bis zur Unendlichkeit Wow Alles klar Wuhuuu Nein Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hab Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, Robin, eigentlich wär ich dafür, dass wir den Stream jetzt beenden, weil ich noch weg muss Nein, nein Wir sind fast durch Okay Guck mal, wir müssen nur in den letzten Turm Ja, hast du geschafft oder verkackt Ne, warte Aha Hier ist ein Loch drin Schweine Zack Sieg Das Ende Lol Haben wir jetzt schon damit gerechnet, dass Haben wir jetzt wieder das Spiel schon durch? Nein Ich hab im Multiplayer-Dings gesehen, dass es noch ne Map gibt Aber Die zeigen wir euch beim nächsten Mal Genau Wir bedanken uns richtig jetzt bei euch fürs Zuschauen Und noch einen schönen Abend und sagen, bis nächste Woche Donnerstag Macht's gut Tschüss Tschüss 21 23 20 23 25 22